Willkommen bei Motocompano. Neben der Nutzung der App unterwegs oder wenn du eine Tour vorbereitest, ist sie auch hervorragend geeignet, um deine Erfahrungen und Abenteuer mit deinen Freunden und der Community zu teilen. Dies ist eine kurze Einführung zur Timeline, die dir zeigen will, was es in den Posts anderer zu entdecken gibt und wie du Geschichten aus deinem eigenen Motorlife beitragen kannst. Die Timeline öffnest du mit diesem Symbol und bekommst dann einen chronologischen Strom von Posts der Motocompaneros präsentiert, mit denen du befreundet bist oder denen du folgst. Willst du jemandem folgen, kannst du in der Regel einfach auf das Profilbild eines Nutzers tippen, um sein öffentliches Profil zu sehen. Hier oben siehst du die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Da ich diesem User bereits folge, ansonsten würden dessen Beiträge nicht in meiner Timeline auftauchen, ist diese Funktion auf nicht mehr folgen umgeschaltet. Du kannst auch um eine Verbindung als Freunde anfragen und sobald ihr gegenseitig befreundet seid, kannst du direkt von hier eine persönliche Nachricht schicken und im Messenger chatten und ihr könnt Dateien eurer Touren direkt austauschen. Gehen wir nun aber wieder zurück zur Timeline. Hier oben kannst du die Timeline aktualisieren und sehen, ob bereits neue Beiträge veröffentlicht wurden. Und hier schaltest du auf die Timeline deiner eigenen Beiträge um. Beim Durchscrollen der Timeline stößt du manchmal auf Posts mit angehängten Daten. Hier sind zum Beispiel eine Mappe und eine Route beigefügt. Schauen wir uns das mal an. Dieser Nutzer präsentiert seine Tour. Oh, schön! Als Pro-User kannst du die ganze Mappe in deine Datenbank kopieren. Oder auch nur einzelne Dateien daraus. Öffne einfach das Element, das dich interessiert und kopiere dir nur das. Du kannst dann direkt zu deiner Datenbank wechseln und die Datei umbenennen, bearbeiten und in eine deiner Mappen sortieren. Oder du nutzt zum Beispiel diesen POI direkt, um eine eigene Route zu erstellen. Von einer Route aus kannst du hier direkt die Navigation starten. Aber gehen wir zurück zur Timeline. Du kannst dir also eine Menge Inspiration finden und möchtest vielleicht auch selbst andere an deinen Erlebnissen teilhaben lassen. Erstellen wir also einen eigenen Beitrag. Vergib einen Titel und schreibe eine kleine Geschichte oder einfach ein bisschen informativen Text. Du kannst Bilder und Dateien deiner Tour hinzufügen, wenn du magst. Wähle dafür einfach eine Quelle und wähle aus, was du posten willst. So, nun packe ich noch den POI dazu, damit auch andere diesen tollen Ort entdecken können. Jetzt ist alles vollständig und der Post kann veröffentlicht werden. Und so sieht das nun in der Timeline aus. Damit beenden wir die kurze Einführung zur Timeline. Viel Spaß beim Entdecken und Teilen von bemerkenswerten Orten, Touren und Geschichten. Pass auf dich auf, wenn du unterwegs bist und genieße dein Motorlife mit MotorCompano. Ihr soll nicht mit Romanschen oder schief? Bis zum nächsten Mal. Wir lesen dann noch mal. Vielen Dank.